Gerüchten zufolge bereitet sich die erfolgreiche Zeichentrick-Serie South Park von Comedy Central darauf vor, in der kommenden Folge, die nächste Woche ausgestrahlt wird, eine vernichtende Darstellung von Prinz Harry zu liefern. Die Folge mit dem Titeltag der Verlierer wird voraussichtlich keine Kompromisse bei der Verspottung von Harrys 40. Geburtstagsfeier eingehen, die nach Ansicht einiger Kritiker auf der anderen Seite des großen Teichs zu einer Peinlichkeit geworden ist. Soweit ich weiß, beginnt die Folge damit, dass die Jungs die Bedeutung von Geburtstagen hinterfragen, wenn man erwachsen ist. Cartman, immer der Provokateur, erklärt, dass jeder, der seinen 40. Geburtstag feiert, ein Megaloser ist, der keinen Respekt verdient. Die Folge zeigt eine Montage der gruseligen Geburtstagsvorbereitungen von Harry und Meghan, komplett mit Partyhüten, Luftballons und Einladungen mit der Aufschrift begegnen sie mit uns Harrys sehr wichtigen Tag. Stan meldet sich zu Wort und sagt, das Hürp sich nicht wirklich alt sei, aber er stimmt zu, dass Islam ist, es mit solch einer Extravaganz zu feiern. Die Diskussion verlagert sich schnell darauf, sich über Harrys Entscheidung lustig zu machen, seine königlichen Pflichten aufzugeben und ein Promipper in den USA zu werden, wobei die Jungen vermuten, dass er wahrscheinlich vor der Geburt seinen Höhepunkt erreicht hat. Dies führt zu einer Debatte darüber, ob Harry der ultimative Verlierer ist, der sein königliches Erstgeburtsrecht verschwendet. Cartman heckt dann den Plan aus, Harry anzurufen und ihn an seinem sogenannten großen Tag an die Schranken zu weisen. Die Jungs drängen sich um kühles Telefon, während Cartman die Nummer von Harrys und Meghan's Villa in Kalifornien wählt. Nach ein paar Klingeltönen antwortet eine vertraute britische Stimme mit nasalem Ton. Cartman beginnt sofort mit einer brutal ehrlichen Botschaft. Jo, Harry, hier ist Cartman. Ich ruf nur an, um dir alles Gute zum Geburtstag zu sagen, du Mega-Loser. Ich muss verrückt sein, um zu wissen, dass jetzt die ganze Welt über dich lacht. Ich meine, wer verlässt das Königshaus dafür, von Meghan dominiert zu werden und in der Dunkelheit zu verschwinden? Seien Sie ehrlich, Alter, Sie haben es vermasselt. Ich schätze, es ist leicht, sich zu verirren, wenn die Eier in deinem Körper verschwinden. Viel Spaß damit, für den Rest deines traurigen Lebens im Schatten zu sitzen. Was ist überhaupt davon übrig? Die Jungen brachen über Cartmans harte Kommentare in hysterisches Gelächter aus. Währenddessen sieht man auf der anderen Seite des Teichs einen verstörten Harry, der in sein Glas Champagner schluchzt, während Meghan ihm tröstend die Schulter reicht. Die Szene endet mit dem Abspann und Becks Liedlose im Hintergrund. Die Episode hat bereits Kontroversen ausgelöst, und es gibt Gerüchte, dass Harry und Meghan rechtliche Schritte wegen Verleumdung erwägen. Quellen bei Comedy Central sind Berichten zufolge unbeandruckt und zuversichtlich, dass die Episode unter Parodieschutz fällt. Insgeheim glauben einige Insider, dass die Royals es vorziehen würden, weitere Peinlichkeiten durch Schweigen zu vermeiden. South Park setzt seine Tradition fort, kompromisslose Kommentare zu aktuellen Ereignissen abzugeben, sehr zum Entsetzen der Prominenten, die häufig im Fadenkreuz stehen. Die Reaktionen der Fans im Internet reichen von Schock und Gelächter bis hin zu Debatten darüber, ob South Park dieses Mal eine Grenze überschritten hat. Der Konsens scheint zu sein, dass die Sche richtig ist, wenn sie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens aufspießt, insbesondere jemanden, der so offensensibel ist wie Harry. Aus meiner Sicht wäre South Park angesichts seines jüngsten Verhaltens nachlässig, Harrys extravagante Feier zum 40. Geburtstag nichts zu verspotten. Wie Cartman sagte, wer verlässt ein prestigeträchtiges Geburtsrecht für eine mittelmäßige Hollywood-Karriere und beugt sich jeder Laune seines kontrollierenden Ehepartners? Kein Wunder, dass die Welt jetzt lacht. Manchmal muss man seine Medikamente annehmen, und diese Episode wird sicherlich als eine der Episten-Takedowns von South Park in Erinnerung bleiben.